Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück. Heute wieder mal natürlich mit unserem Detached Mode und ja, wie wir im Endeffekt wieder in den Attached Mode kommen, beziehungsweise wie wir wieder in den Container reinkommen. Und das, da gibt es zwei Varianten dazu, aber dazu lasst uns erstmal hier einen Container tatsächlich starten. Einen neuen Container, der auf Port 80 dann läuft, ist auch wieder nur der Standard-Engine-X-Container, der mir eben hier diese Website liefert. Und ja, jetzt ist natürlich das Problem, ich kann hier nirgends mehr rein, also ich kann hier weiterhin alles eingeben, was ich möchte, aber es ist halt mein Host-System und jetzt möchte ich wieder in den Container rein. So, dazu gibt es zwei Varianten. Variante A, ich gehe so rein, als hätte ich den Container so gestartet und hätte einfach nicht den Detached Mode angemacht. Und das ist eine Variante. Variante 2 ist quasi, ich gehe rein und habe eine eigene Shell. So, jetzt gibt es allerdings eine Kleinigkeit, die man vorbereiten muss. Das heißt, wir müssen diesen Container leider nochmal kaputt machen, sozusagen. Ähm, nee, machen wir gleich. Ähm, zunächst einmal gehen wir rein in den Container, indem wir eine neue Shell erzeugen. Das heißt, wir sagen hier sudo docker und jetzt führen wir etwas aus. Wir sagen exec, also führe folgenden Befehl aus und zwar minus ti. Wir wollen eine neue TTY Shell und zwar wollen wir folgenden Befehl hier drin haben in dem Container, der hier. Und zwar wollen wir Bash ausführen. So, das ist im Endeffekt alles, was ihr machen müsst. Jetzt seid ihr wieder in dem Container drin. Das heißt, in diesem Container, den wir hier oben gestartet haben, seid ihr jetzt wieder drin. Aber ihr seid nicht in dem Prozess Nginx drin, so wie wir drin wären, quasi wenn wir den Detached Mode nicht verwendet hätten. Denn wenn ich jetzt hier einfach meine Seite neu lade, dann ist das natürlich hier nirgendwo zu sehen. Ich kann hier allerdings alle möglichen Sachen ausführen. Also zum Beispiel LS kann ich ausführen, Who Am I? Ihr könnt Logs lesen, ihr könnt Variablen verändern, ihr könnt im Notfall sogar hier sagen, okay, ich möchte ganz gerne meine Standardseite hier editieren, wenn ihr da drauf Lust habt im Endeffekt. Könnten wir eigentlich mal ins Home-Verzeichnis reingucken. Hier, okay, ist nichts drin. Was können wir noch machen? Wir können in Root, ups, CD, Root möchte ich mal reingucken, ist auch nichts drin. Ja, im Endeffekt könnte ich hier alles machen, was ihr wollt im Endeffekt. Also quasi alles, was ihr immer machen könntet, auch wenn dieser Prozess eigentlich gar nicht da ist. Wir haben quasi einen neuen Zugangspunkt geschaffen, ohne dass dem anderen Prozess irgendwas passiert. Also ich kann hier weiterhin auf meinen Localhost drauf zugreifen, als wäre nichts. Das heißt, das ist wunderbar zum Logs lesen, zum Dateien ändern und so weiter und so fort. Aber generell Dateien ändern sollte man vor der Container Generierung, das heißt im Image, nicht im Container selbst, vorsichtig damit. Und das machen wir dann in der Docker-File und das werden wir aber alles noch sehen. Okay, nun, wie wollen wir hier wieder rauskommen? Wir geben einfach Exit ein. Super easy und jetzt sind wir wieder draußen. Jetzt können wir hier wieder alles machen, was wir in unserem normalen Host-System machen wollen würden. Und der Container läuft auch weiterhin weiter. Jetzt gibt es noch eine zweite Variante. Vielleicht wollen wir ja die Logs von Nginx tatsächlich sehen. Dann müssen wir uns attachen. Und das machen wir mit sudo docker attach. Und dann einfach hier oben eingeben, was ihr oder an welchen Container ihr euch ranhängen wollt. Äh, attack, ja, genau. Ähm, das war wohl ein freudscher Verschreiber. Attach möchte ich natürlich haben. So, und jetzt bin ich quasi wieder in dem Modus drin, als hätte ich den Detach-Mode niemals aktiviert. Das heißt, als hätte ich minus D hier oben nicht reingeschrieben. Ich sehe wieder die Zugriffs-Logs. Ich sehe wieder alles im Endeffekt, wie davor auch. Jetzt habe ich aber ein Problem. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich kann hier quasi nichts machen, außer Steuerung C. Und dann wird mein Container beendet. Das heißt, das kann ich genau einmal machen und dann habe ich wieder ein Problem. Wie fixen wir das? Nun, es gibt noch eine weitere Art und Weise, wie man hier das Ganze starten kann. Und zwar, wenn ich hier sudo docker run minus p8080 minus d eingebe, dann kann ich hier hinten dran einfach noch minus ti schreiben. Und dann wird das tatsächlich so erzeugt. Also jetzt haben wir quasi einen neuen Container erzeugt. Jetzt kann ich mich an den wieder ranhängen. sudo docker attach. Und hier einmal die ID kopieren. So. Ach, verdammt nochmal. Okay. Das war keine Absicht, tatsächlich nicht. So, und jetzt bin ich quasi wieder drin. Kann hier mein Dings ausführen. Ich sehe quasi wieder alles ganz normal, wie in einem normalen Container, als hätte ich mich nicht detached. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, Steuerung P, Steuerung Q zu drücken. Und das ist eine Escape Sequence. Das funktioniert nur, wenn ihr dieses minus ti vorher angegeben habt. Ansonsten klappt das nicht. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt bin ich quasi wieder in meinem normalen System. Who am I? Wunderbar. Morpheus. Und jetzt kann ich mich hier wieder attachen, wenn ich das möchte. Und bin dann quasi wieder im Container drin. Sehe das hier. Ich kann aber trotzdem wieder Steuerung P, Steuerung Q machen. Dann bin ich wieder draußen quasi. Also das ist einfach die Art und Weise, wie ihr diese Funktion habt. Ich kann euch leider nicht zeigen, was ich eingegeben habe. Es ist Steuerung P, Steuerung Q. Okay. In dieser Reihenfolge. Also erst Steuerung P, dann Steuerung Q. Das ist die Escape Sequence. Ja, und so kommt ihr quasi aus dem attacheden Container wieder in den detached Mode. Aber nur, wenn ihr dieses minus ti eben habt. Okay. Und das sind die beiden Varianten, wie ihr hier wieder rauskommt. Natürlich könnt ihr aus dem attached Mode einfach immer Steuerung C drücken. Dann beendet der Container. Und der Container ist dann quasi nicht mehr verfügbar. Sprich, diese Seite wird hier nicht mehr laden. Okay. Wunderbar. Das war es von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.